Bhagavad Gita, Vers 2.60 Die Sinne sind so stark und ungestüm, o Arjuna, dass sie sogar den Geist eines Menschen hinwegreißen, der Unterscheidungsvermögen besitzt und bemüht ist, sie zu beherrschen. Erklärung Es gibt viele gelehrte Weise, Philosophen und Transcendentalisten, die versuchen, die Sinne zu besiegen. Doch trotz ihrer Bemühungen fallen manchmal selbst die Größen von ihnen, dem materiellen Sinnesgenuss, zum Opfer, da ihr Geist erregt worden ist. Selbst Vishwamitra, ein großer, weiser und vollkommener Yogi, wurde von Menaka zum sexuellen Genuss verleitet, obwohl er sich bemühte, mit harten Busen und durch Yoga-Übungen seine Sinne zu kontrollieren. Selbstverständlich gibt es noch viele andere, ähnliche Beispiele in der Geschichte. Daraus kann man ersehen, dass es sehr schwierig ist, den Geist und die Sinne zu kontrollieren, wenn man nicht völlig Krishna bewusst ist. Solange man seine Gedanken nicht in Krishna versenkt, kann man nicht von materiellen Beschäftigungen ablassen. Shri Yamanuj Ajarya, ein großer Heiliger und Gottgeweihter, gibt ein praktisches Beispiel dafür, wie man seine Sinne im Krishna-Bewusstsein kontrollieren kann. Er sagt, Seit mein Geist im Dienst der Lotus-Füße Krishna steht, genieße ich fortwährend immer neue transzendentale Glückseligkeit. Immer wenn ich an ein sexuelles Zusammensein mit einer Frau denke, wende ich mich daher augenblicklich ab und speie auf diesen Gedanken. Krishna-Bewusstsein ist so transzendental und wunderbar, dass materieller Genuss automatisch jeden Geschmack verliert. Es ist so, als hätte ein hungriger Mann seinen Hunger mit einer ausreichenden Menge nahrhafter Speisen gestellt. Maharaja Ambarisha besiegte durch Vasamuni einen großen Yogi, einfach dadurch, dass sein Geist im Krishna-Bewusstsein versenkt war. Das ist so, als wäre es,